herzlichen glückwunsch zum neuen allzeithoch der dax ist in bester laune wir sehen dass er klettert und klettert und klettert nachdem wir gestern so ein bisschen hänger hatten ihr seht das hier auf tagesebene sind wir jetzt weiter auf dem weg nach oben und das ziemlich deutlich und naja wir hatten es hier sehen es im wochenschart jetzt nun auch recht deutlich ein überschreiten also ein neues hoch haben wir erreicht und das macht eigentlich einen sehr guten eindruck ja ist das jetzt ein grund zum feiern das sollten uns noch mal ein bisschen genauer angucken gehen wir mal auf den tageschart denn viele von euch wissen dass ich regelmäßig davor warne wenn wir neues hoch überschreiten wir hatten das schon überschritten hier vor ein paar tagen gibt es gerne einen rücksetzer und ihr seht na ja genau das ist hier tatsächlich passiert es gab einen rücksetzer jetzt sind wir ja schon wieder höher nicht nur über das alte hoch hier aus 22 im januar sondern sogar über das hoch was wir jetzt hier jüngst hatten müssen wir also jetzt wieder damit rechnen dass es runter geht also damit rechnen ist immer kein fehler aber ist die gefahr groß und ist die gefahr groß für sowas mit dem rücksetzer können wir ohne weiteres leben in der regel auch aus bullischer sicht und aktuell sind wir ja eigentlich relativ bullisch eingestellt der gesamtmarkt scheint bullisch eingestellt zu sein und ich schließe mich dem gerne an da würde jetzt so ein bild natürlich überhaupt nicht passen ist das realistisch also punkt eins ist und das ist mir immer ganz wichtig es ist möglich es ist immer an der börse alles möglich und insofern müssen wir uns überlegen müssen wir uns davor schützen das ist so ein bisschen wie beim autofahren ist es möglich dass ich einen unfall mache ja also habe ich ein airbag also bin ich angeschnallt also bin ich versichert ist es super wahrscheinlich dass ich einen unfall mache deshalb fahre ich wenn ich auto unterwegs bin oder wie auch immer relativ zuversichtlich und genauso können wir es an der börse machen wir müssen jetzt nicht voll panik oh gott oh gott es passiert bestimmt es passiert bestimmt aber wir sollten auch nicht blauäugig sein es kann gar nichts passieren ich bin jetzt fünf mal gut gefahren ist nichts passiert ich kann gar keinen unfall machen das ist ein bisschen analogie an der börse ebenfalls so aber jetzt werden wir mal ein bisschen konkreter wie tief darf es denn runtergehen ohne das bullische bild kaputt zu machen und da gibt es tatsächlich mehrere szenarien die wir uns mal vor augen halten müssen wir hatten sie schon ein paar mal angesprochen aber weil ich doch viele rückfragen von euch und von vielen stellen bekomme will ich da gerne noch mal drauf eingehen viele erinnern sich noch an das dax 8000 bild das ist nicht vom tisch aber es ist jetzt nicht aktuell das ist eine flat bewegung die ich da angesprochen habe ich will sie nur ganz kurz andeuten die meine videos gesehen haben das könnte unter umständen so aussehen in dieser art und dann sind wir vielleicht nicht wirklich 8000 das szenario ist jetzt ein bisschen positiver geworden vielleicht wären es dann nur 10.000 aber ich kann mir vorstellen viele finden auch 10.000 aktuell doof allerdings seht ihr dass ich vor diesem szenario vor diesem möglichen vorsichtig dass jetzt keine ankündigung das passiert aber dieses szenario ist so typisch dass ich das nicht aus den augen verlieren will aber ihr seht auch für dieses szenario gehe ich eher davon aus dass es weiter nach oben geht also diese 18.000er marke die ich mal genannt habe ist selbst in diesem möglichen ich betone es so bewusst blöden szenario für mit nach unten scheint mir die 18.000 vorher noch mal realistisch und bevor ihr jetzt total resigniert und sagt oh gott es wird ja jetzt doch noch alles ganz schlimm ich finde auch so ein szenario absolut in ordnung mit zielen 20.000 und so weiter das wird hier entschieden wenn wir dann so in der nähe der 18.000er marke oder ein bisschen drüber sind dann wird entschieden ob wir das eine oder das andere szenario bekommen und wie wird das entschieden naja dadurch dass die marktteilnehmer auf die dann vorherrschenden nachrichtenlage reagieren nicht auf die jetzigen nachrichten werden darauf reagiert sondern was vielleicht im umfeld dieses hier passiert ja es kann sein dass wir irgendwelche ereignisse hier haben das kann sich ja auch noch ein bisschen verschleppen dass das ein bisschen länger geht muss jetzt nicht so lang sein aber irgendwie sowas aber darüber müssen uns jetzt keine gedanken machen trotzdem kamen viele von euch auf die idee und die frage ist clever aber du redest immer von diesen flats kann das denn jetzt auch passieren und ja auch das ist jetzt möglich allerdings nicht in diesem ganz großen bild was ich eben gezeigt habe sondern dazu gucken wir uns jetzt alles ab dem tief hier im september an den anstieg den wir bis hier hatten das ist ja der erste starke anstieg und es gibt jetzt natürlich die möglichkeit nach dieser pause meine erwartungshaltung ja dass wir weiter nach oben gehen dass wir alles von hier nochmal bewerten müssen also wir hatten hier die erste aufwärtsbewegung die größte korrektur war diese hier und alles von diesem tiefpunkt das müssen wir uns jetzt noch mal angucken das war der 20 märz und das machen wir an der stelle noch mal einmal gemeinsam so und das machen wir hier zum beispiel im vier stunden chart spielt keine rolle ob das jetzt vier stunden ist oder nicht aber nur einfach dass wir dieses hier noch mal so parat haben und jetzt seht ihr vom 20 märz ist das wieder irgendwie so nach oben gegangen und dann sind wir hier dreiwellig nach unten gegangen eventuell dreiwellig nach oben und es ist nicht auszuschließen dass jetzt das passiert allerdings seht ihr schon das ganze ganz große problem mit 10.000 also noch deutlich tiefer als ich es jetzt gezeichnet habe das scheint gar nicht das problem zu sein also das blödste wäre jetzt so eine seitwärtskorrektur die wir nicht ausschließen können die kann tatsächlich und auch realistisch passieren es ist nicht von der hand zu weisen dass obwohl oder manch einer würde sagen gerade weil wir ein neues hoch haben der markt noch mal erst mal wieder runter sagt weil er das gerne macht nachdem wir neue hochs haben erst noch mal sagen okay dann drehen wir noch mal schnell um und anschließend geht es erst weiter so das heißt für die übergeordneten bullen wir müssen damit rechnen dass das passiert wir gucken uns gleich an stimmt das denn passiert das denn jetzt aktuell aber wir müssen damit rechnen ihr dürft nicht sagen das wäre aus meiner sicht passt also was ihr sagt ist mir egal im zweifelsfall aber ich aus meiner händlersicht und für uns im institutionellen handel ich kann jetzt nicht einfach sagen da gebe ich nichts anderes wird schon nicht passieren das wäre nicht so sehr professionell ich muss also damit rechnen dass dieser rücksetzer kommt aber dieser rücksetzer wäre ja nichts anderes als eine a eine b eine c korrektur und viele von euch wissen das ja auch wieder in die klassischen bereiche nämlich im quasi diesen bereich 38 20 50 61 8 das heißt also selbst wenn dieser rücksetzer hier käme was ich nicht ausschließen will wären rücksetzer bis in diesem bereich völlig okay völlig normal nichts außergewöhnliches also 15.000 wer es nicht lesen kann 15.650 vielleicht so als mindestziel vielleicht auch 15.400 das war hier 15.200 idealerweise nicht mehr viel tiefer für mich wäre die aller späteste marke eigentlich die 14.860er marke und einige von euch erinnern sich noch daran dass ich machen wir das noch mal mit dazu auch noch mal gemessen habe diesen letzten rücksetzer und ich möchte ja eigentlich dass diese korrektur kleiner ist als die und dann müsste eigentlich der rücksetzer kleiner sein als den den wir hier vorne hatten den habe ich jetzt hier gerade gemessen das heißt nicht mehr tiefer als das und wenn ich das beides miteinander verbinde also sprich die grüne hier als maß diese der vorherigen korrektur und parallel noch mal hier die fibonacci rücksetzer dann weiß ich dass wir sagen wir mal so die die letzte dooms marke hier um die 15.200 bis 100 in etwa haben also idealerweise sollte er oberhalb dieser marke bleiben es ist nicht gesagt nur weil da zwei marken liegen dass der kurs da jetzt runter muss das ist nicht dass die magnetisch sind oh guck mal da liegen zwei marken dann muss der kurs ja fallen das ist grober unfug aber es wäre zumindest mal alles bis dahin noch ein völlig normaler statistisch angemessener rücksetzer in der aufwärtsbewegung die wir hier hatten also das ist das was viele mich gefragt hatten mit dem mit dem kleinen mit der kleinen seitwärts korrektur sprich flat korrektur so nennt man diese hier wenn die so ungefähr so aussieht wie es jetzt hier gezeichnet habe und die ist absolut möglich wir sind knapp drüber das ist durchaus typisch für eine seitwärts korrektur hier hatten wir übrigens auch eine seitwärts korrektur wie ihr seht der ist auch knapp drüber über den startpunkt also das ist nichts seltenes statistisch gesehen die hälfte aller korrekturen grundsätzlich gesprochen es stimmt nicht ganz aber ungefähr die hälfte der korrekturen sind seitwärts korrekturen also man kann jetzt nicht sagen die sonderfall das kommt ja nicht vor also insofern damit müssen wir rechnen das heißt im guten allerdings auch dass all die berufsbullen unter euch die sagen quatsch alles hier es geht nach oben fertig zwar damit rechnen müssen dass der kurs hier runter geht allerdings solange der kurs oberhalb der ich sag mal 15.200 150 irgendwie sowas bleibt immer noch nicht das bullische bild kaputt ist selbst wenn es hier eine scharfe korrektur gibt denn eine scharfe bewegung gibt denn diese drei welle zeichnen sich aus dass hinten eine scharfe bewegung ist ähnlich wie wir das hier haben dass hinten eine scharfe bewegung das ist also nichts außergewöhnliches wir haben noch ein anderes ganz berühmtes beispiel das ist die corona krise gewesen da hatten wir hier vorne drei welle ich runter drei welle ich hoch und scharf runter das ist ein ganz klassisches flat also ihr seht das gibt es im wochenchart das gibt es allerdings auch in kleineren zeitebenen das wäre also in ordnung so das heißt selbst wenn diese pause käme sorry dass ich da so lange drauf rum reite aber die vielen fragen die mich erreicht haben glaube ich rechtfertigen dass wir uns das ein bisschen genauer angucken dieser rücksetzer wäre kein killer für das bullische bild für mich wird es erst höflich formuliert komisch wenn wir da durchgehen also 15.200 möchte ich idealerweise nicht mehr sehen alles was vorher runter geht ist okay müssen wir nicht verrückt uns verrückt machen daraus lassen sich aber jetzt zwei sachen ableiten wenn ihr bullish seid und sagt das fände ich total doof wenn der kurs runter kommt dann solltet ihr vorsichtshalber engere stops wählen denn ihr könnt das nicht komplett ausschließen es wäre sehr typisch aber es ist nicht zwingend dass das passiert also es ist nicht jetzt so dass ich hier sitze und sage leute wahrlich ich sage euch montag oder nächste woche irgendwie da sind wir da unten ist nicht meine aussage meine aussage ist nur dieses korrektur verhalten ist typisch es kommt regelmäßig vor dass nach ausbrüchen der kurs runter geht ihr seht hier guckt mal hier der war höher als das vorherige allzeithoch damals das allzeithoch ist er wieder runter gegangen und das seht ihr auf kleinerer ebene auch immer wieder also es ist durchaus nicht untypisch dass das passiert zum aktuellen zeitpunkt rechnet damit seid nicht stinkig seid nicht enttäuscht rechnet damit und setzt entweder euren stopp hier unten drunter das ist nicht gesagt dass das der beste aller möglichen stops ist aber der wäre zumindest mal für dieses verhaltensmuster absolut konform oder setzt ihn so eng dass ihr sagt ich will das eben nicht aussetzen da gehe ich lieber vorher raus hier irgendwo oberhalb das gucken uns gleich noch an und genieße solange der markt eben auf dem weg nach oben ist und wenn er dann doch dreht nehme ich eben gewinne mit und macht dann später wieder weiter wenn wir hier unten sind kriege ich bestimmten günstigen einstieg hier unten irgendwo da werden wir uns dann ja auch noch mal drüber unterhalten also wie gesagt es ist nicht zwingend dass das passiert rechnet damit und entscheidet ihr euch ob ihr sagt das sitze ich aus das nehme ich in kauf dass ich wenn ich pech habe hier unten dann erst ausgestoppt werde aber die chancen sind gut dass es weiter bullish bleibt ich will nicht so aktiv sein also mache ich den stopp weiter weg oder macht den stopp enger dann müsste im zweifelsfall aktiver sein und gegebenenfalls noch mal rein gehen so und das ist das was wir hier jetzt vielleicht im 15 minuten chart haben also ihr seht dass wir hier die größte korrektur bisher haben wenn ich das mir so angucke man hat so ein bisschen den eindruck dass wir jetzt vielleicht das als drei welle auffassen das war ja die argumentation hier es gibt aber noch eine zweite lesart dieses anstiegs nämlich dass wir eigentlich sagen können wir hatten hier eine relativ große korrektur sind jetzt hier im anstieg dieser anstieg jetzt hier und wir haben hier schon wieder eine große korrektur und noch einen anstieg hier hinten dran das nächste was passieren könnte wäre ein kleinerer rücksetzer und zwar nur bezogen auf dieses pattern was hier rein geht so das ist genau das klassische verhalten also wenn ihr sagt das habe ich noch nie gesehen wenn ihr so einen anstieg habt ein rücksetzer ungefähr auf die hälfte des anstiegs jetzt habt ihr hier den anstieg ein rücksetzer ungefähr auf die hälfte des anstiegs hier das kann man ein bisschen professioneller noch machen ich habe es jetzt nicht sauber gezeichnet dann nimmt der fibonacci nimmt den tiefsten punkt legt es auf den dann höchsten punkt an im moment ist das der und dann wisst ihr wenn es eine korrektur gibt dann geht sie wohl gerne in diese zone auch hier stellt sich wieder die frage ja wo soll ich dann das ganze stoppen dafür wäre hier der stopp allerdings der ist so dicht hier in der nähe dass ich sage wenn ihr euch für den stopp entscheidet dann vermutlich nehmt lieber das ganz große bild sich euch eben im vier stunden chart gezeichnet habe dann wäre für mich die alternative ich brauche irgendetwas was mich vorher hier raus stoppt damit solange es klettert es gut ist aber sobald er in eine dieser beiden kleinere oder größere pause reingeht will ich lieber raus fliegen und da könnt ihr euch überlegen ob ihr irgendwie sowas nehmt das ist allerdings im viertelstunden chart viel zu eng da müsstet ihr gucken tagesebene ist zu weit weg seht ihr es ist mir zu weit weg da oben theorie vielleicht im vier stunden chart irgendwie zu gucken ich mache es nochmal groß dann könnt ihr das sehen dann habt ihr hier irgendwelche punkte und sagt okay das ist jetzt parabolik beispielsweise da gehe ich jetzt raus und wer jetzt sagt aber das ist hier manchmal doof ja aber ihr wolltet das ja nicht hier anwenden sondern ihr wendet das auf ein mögliches ende dieser bewegung an und im zweifelsfall müsst ihr wieder reingehen wenn ihr raus fliegt habt aber relativ viel eurer gewinne abgesichert das müsst ihr jetzt entscheiden ob ihr zu den aktiveren gehört die sagen dann fliege ich halt raus mache ich halt wieder neu auf oder ob ihr sagt ist mir alles viel zu anstrengend ich habe auch andere hobbys und andere sachen zu tun ich mache den stopp ein bisschen weiter weg und lasse es laufen wir für uns das muss jetzt nicht für euch die beste lösung sein haben häufig beide lösungen sogar dass wir für einen teil unserer trades einen etwas weiteren stopp haben damit wir die großen bewegungen mitnehmen aber wir sind ja auch aktiv wir sind ja den ganzen tag auch dran mehr oder weniger das heißt wir haben auch ein paar enge stops wo wir dann sagen okay im zweifelsfall fliegen wir raus machen wir eine neue position wieder auf ja aber was wir machen muss nicht für euch das sinnvollste sein das könnt ihr euch dann überlegen was für euch wichtig ist trotz alledem ein rücksetzer bis zu den genannten marken wäre kein bärisches bild wir müssen damit rechnen aber solange der markt steigt also ich sehe im moment kein anzeichen dafür dass der markt drehen will also hier so ganz bisschen das weiß ich noch nicht ob ich das überbewerten will aber vielleicht gibt es jetzt hier so ein bisschen indizien für intraday noch mal abwärts durchaus denkbar das gucken uns aber in amerika jetzt an denn amerika ist ebenfalls sehr spannend und um diese uhrzeit verlagert sich das immer mehr nach amerika der dax kommt bald in den feierabend und das bild hat sich hier ein bisschen anders ergeben als ich mir das unter anderem vorgestellt habe also im großen nicht wir hatten darüber gesprochen über mögliche entries also ich habe es euch so häufig erklärt das muss ich euch noch mal erklären hier das haben wir euch intensiv vorgestellt das ist ein möglicher entry hier ich hatte aber gestern also wir gucken jetzt nur auf diesen letzten arm dass sie im tages chart ausgehend von dem tief hier 25 mai das ist das hier das gucken wir uns jetzt noch mal an der trigger den ich eben eingezeichnet hatte der bezog sich auf dieses hier also wer diese korrektur gesehen hatte der dem hatten wir gesagt oder habt ihr selber wahrscheinlich gesehen das wäre ein möglicher sinnvoller einstieg hier für die long seite wer das verpasst hat weil er eben nicht die ganze zeit daneben sitzen kann und auch andere sachen zu tun hat ich hatte bis gestern eigentlich noch gesagt ich könnte mir vorstellen da sah das noch so aus dass wir 1 2 3 4 5 bekommen und hier wackele ich runter vorsichtig das ist keine ankündigung dass das passiert so ähnlich wie beim dax ich weiß das nicht ob es tut es gab hier kein anzeichen dass er das macht aber die chance bestand und hätte mir hier eben ein möglichen long entry hier gegeben so weit so gut das ist alles easy und jetzt gucken wir mal das ist aber tatsächlich passiert ist ja ganz anders als du gesagt hast ist völlig richtig aber ist ja nicht grundsätzlich schlimm jetzt ist es nur so dass es eben mit diesem 1 2 3 4 5 und dann hier wackelig runter kam nicht also gab es für mich auch hier keinen long einstieg an der stelle ja also insofern das nicht jetzt ist das allerdings ein bisschen sieht das so aus als ob wir hier die erste und hier eine größere korrektur haben dann haben wir den ersten anstieg eine kleinere korrektur ein bisschen anstieg kleinere korrektur ein bisschen anstieg jetzt wäre eigentlich wieder irgendwas in dieser größenordnung realistisch ich rechne also damit dass wir bald eine ähnliche korrektur wieder wie diese bekommen ihr seht dass diese hier und die sind die sind ziemlich ähnlich ja also da kann man sagen okay die passen ganz gut eigentlich zusammen jetzt bräuchten wir um diese fünfwelligkeit zu haben und die ist nicht zwingend aber sie ist eben sehr häufig sehr gut zu sehen manchmal sieht man sie nicht gut aber wenn sie gut zu sehen ist dann wäre das hier eine korrektur aber ihr seht die ist vom ausmaß relativ klein das heißt als orientierungshilfe wenn ihr sagen ja wie groß denn jetzt sagen wir mal konkreter dann messt ihr einfach diese bewegung zum beispiel von da nach hier runter und legt die dann auf diesen hochpunkt an und dann wisst ihr hier war die korrektur ungefähr das war die korrektur ungefähr das erwarte ich hier also sprich meine zielerwartung liegt dann natürlich irgendwo hier das muss nicht exakt an der linie drehen bitte geht nicht davon aus die müssen ja immer millimeter genau sein die darf ein bisschen kleiner sein die darf auch ein bisschen länger gehen darf ein bisschen tiefer gehen das ist alles in ordnung aber ungefähr in dieser größenordnung wäre das gut also jetzt short für mich nicht zumindest nicht im vier stunden chart warum nicht weil das ist ja ein modellbeispiel es ist durchaus denkbar dass er erst noch weiter steigt und dann von diesem punkt ausgehend das ganze macht dann muss ich natürlich die zeichnung entsprechend nicht auf diesen punkt sondern auf diesen punkt hier anlegen das prinzip bleibt das gleiche es geht mir also nicht darum jetzt ein short zu suchen in diesem zeitrahmen sondern im gegenteil ich bin ja weiterhin bullisch weil ich gehe davon aus dass das eine korrektur bewegung ist das heißt nach der korrektur würde ich ja sowieso erwarten dass wir noch mal weiter nach oben gehen also ihr seht ich bin weiterhin bullisch da hat sich nichts geändert und auch mit diesen möglichen rücksetzern sehe ich eine sehr realistische chance dass der kurs eben anschließend noch weiter auch nach oben geht also ich bin nach wie vor bullisch ist alles erst noch mal safe nur wenn wir erste interessanter marke hier drunter gehen aus aktueller sicht die wandert allerdings nach oben wenn der kurs weiter steigt wandert die mit hoch aus aktueller sicht ist das ungefähr bei 34.300 so als oder sagen wir zwischen 200 und 400 ja so in der richtung das ist so in etwa die zone sehr wenn er darunter geht fange ich nicht an schwitzig zu werden im sinne von oh gott jetzt bricht die welt zusammen sondern das könnte insbesondere wenn sie korrektiv aussieht also in vielen überschneidungen eben eine ganz normale korrektur situation sein und dementsprechend die erwartungshaltung dass sie es nachher nach oben weiter fortsetzt wenn er allerdings darunter hinausgeht also doch das ganze fortsetzt da muss man sich die frage stellen was wird denn das ganze jetzt kann das eventuell auch wenn das muster technisch nicht gut aussehen nur bis hierhin gehen also irgendwo hier so in diesen mittleren bereich oder gehen wir sogar da noch durch für mein geschmack wäre also aktuell aus buddhischer sicht durchaus irgendwie was hier an stop marken vielleicht auch dieses tief was wir hatten am 14 juni abends irgendwann das wäre auch noch mal eine möglichkeit führen für einen möglichen stop weil danach weiß ich nicht was er macht also diese hier ist nicht so richtig schlüssig kann natürlich sein aber passt in dieses fünfwellige verhaltensmuster nicht so richtig rein weil wer mit zählt stellt fest na ja es sollten ja immer fünf seien sind aber sieben das passt nicht so gut also dann bräuchten entweder eine kleine korrektur und fortsetzung dann sind wir wieder im bullischen rahmen dann hätten wir eine 1 2 3 4 5 ja also eine interne die flüstere ich immer die internen dann weiß man das also eine interne fünf wähler einen übergeordneten fünf wähler das sind so orientierungshilfen also insofern solange der markt kleine rücksetzer macht korrektiver natur in den genannten größenordnung alles erstmal safe wenn er darüber hinausgeht oder darunter hinausgeht dann sollte man aufpassen was soll was ist jetzt hier der plan wenn ich mir das hier angucke aktuell hier auch im kurzfristigen chart hier ich gehe noch mal einmal da drauf was wir hier im zum beispiel 15 minuten chart hier haben dann sehen wir das ist im prinzip auch dieses fünfwellige verhalten gestern darüber gesprochen das war hier schon long einstieg da waren wir zu spät vielleicht habt ihr es selber gesehen aber es ist genau das verhaltensmuster habe ich im gestrigen video genau erklärt und dann seht ihr das dann haben wir hier wieder pause und nochmal nach oben also insofern das sind alles noch bullische szenarien hier im kleinen bild wären rücksetzer bis dahin völlig normal mit anschließender fortsetzung nach oben rechnet mit diesen rücksetzer und rechnet so das ist ungefähr so die hälfte der strecke ich mache es nochmal einmal groß für diejenigen die jetzt das noch nicht so 100% messt vom tiefsten ist es immer das gleiche was ich euch erzähle aber das ist das schöne am traden das ist immer das gleiche ist also keine große abweichung kriegen wir eine korrektur in diese kiste rein können uns schön versuchen den nächsten long trade hier vielleicht sogar zu initiieren denn das sieht ja eher danach aus als ob die long seite dann zumindest vorläufig noch mal unterwegs ist es besteht eine gewisse rechtsgefahr der kurs kam von oben dass das hier quasi die letzte aufwärtswelle war und jetzt eine größere korrektur ist und wer sich jetzt sagt ja aber wie jetzt nun naja das ist genau die korrektur die wir hier angesprochen haben also nur wenn das hier sehr korrektiv und triggert in diese zone rein läuft also triggert heißt dann wieder nach oben dreht über das letzte zwischenhoch hier geht dann wäre das für mich noch eine long fortsetzung ansonsten eben wenn er das nicht tut könnte das durchaus die letzte kleinere fünfte welle dieser aufwärtsbewegung sein sprich pause ist angesagt und wir wandern dann wirklich in den genannten bereich dann hier nochmal runter ja auch sehr sehr realistisch das schicke ist wenn ich eh einen rücksetzer in den bereich erlauben muss entweder richtung 34.300 200 100 hier ist es ebenfalls hier ist die zone ein bisschen höher also wenn ich den erlaube oder sagen wir so wenn ich diesen rücksetzer erlaube für dieses große bild dann habe ich den ja sowieso überlebt oder ihr macht es halt ganz eng dass ihr sagt komm ich ziehe den stopp hier einigermaßen eng nach wenn er jetzt wirklich keinen bock mehr hat auf aufwärts dann gehe ich lieber raus warte ab und macht eine neue position auf wenn er dreht so wie sieht es beim s&p aus ich habe da bewusst noch mal die zeichnung drin gelassen die wir hatten ich hatte gesagt es besteht die möglichkeit hier für so einen dreh und da seht ihr das ist mir ganz wichtig der ist nicht gekommen wenn ich so eine dreh andeutung mache wie beim dax beispielsweise oder auch beim dow jones das heißt nicht dass das passiert das heißt nur wenn es passiert ist ja nichts schlimmes in dem fall es ist immer noch das bullische bild wir sind auch hier weiter gestiegen dementsprechend gilt die regel genauso naja dann kommt halt später ein rücksetzer dieser art irgendwie was damit müssen wir halt rechnen also ihr seht ich rechne vermehrt dass wir bald mit dem rücksetzer zu tun haben werden im moment wenn ich hier auf den kürzeren zeitebenen gucke sehe ich das noch nicht ja also wenn ich das mir angucke ist das jetzt schon gehen wir auf fünf minuten chart für euch intraday freunde wie das da aussieht wenn ich mir das jetzt im moment angucke doch sogar im fünf minuten chart ist das sogar relativ deutlich eigentlich sogar eine short überlegung schub runter wackelig hoch und schon die erwartungshaltung dass wir im endeffekt noch mal tiefer gehen stopp wäre hier oben beziehungsweise die 78er und die ziele eben deutlich weiter unten analog zu dem das könnt ihr mal selber ausprobieren wie wir das eben gezeichnet haben also insofern das muss jetzt nicht passieren das ist also nicht zwingend dass das jetzt sofort zum erfolg führt oder dass jeder trade auf diese art zum erfolg führt das möchte ich euch ganz wichtig mitgeben bitte geht nicht davon aus oder so ist einleuchtend dann weiß ich ja jetzt was immer klappt nein das klappt nicht immer das lebt davon dass man relativ geringe risiken hat und relativ hohe gewinnchancen auf der seite also das ist ein wahrscheinlichkeitsspiel was an der börse gespielt wird und nicht ein absolutes ding im sinne von hey leute geht mal zur seite ich weiß genau was als nächstes passiert nasdaq ist ähnlich unterwegs ihr seht dass die letzte starke bewegung abwärts war die letzte schwache bewegung aufwärts also für das kurzfristige bild gefällt mir die abwärts seite besser und einige von euch haben eben über born for trading ja diesen trade hier schon als ankündigung bekommen hier haben wir beim nasdaq in born bar wer es gesehen hat da warten wir drauf dass er quasi hier den nächsten short initiiert also das würde sogar zu diesen elliot verhalten was ich gerade angedeutet habe hervorragend passen zusammengefasst ich bin nach wie vor bullisch da hat sich nichts daran geändert im großen bild allerdings müssen wir erlauben dass irgendwann jetzt bald mal diese rücksetzer kommen über die wir schon lange reden das heißt nicht dass ihr short gehen sollt das heißt auch nicht dass sie jetzt zwingend gewinne mitnehmen soll also wir machen das nicht wir haben für viele titel also gut tesla laufen wir bald jetzt ins ziel rein aber bei vielen lassen wir sie weiter laufen weil wir sagen da ist ja übergeordnet noch weiteres potenzial da aber ihr müsst damit rechnen dass das passiert und ihr sollt dann nicht überrascht sein sprich ihr sollt wissen ob ihr dann sagt das lasse ich laufen mit einem weiten stop oder das nehme ich lieber gewinne mit und mache später wieder eine neue position auf nach dieser pause ich hoffe dass das so ein bisschen verständlich war wie wir da ticken wie ihr das für euch gestaltet ob ihr das etwas aktiver gestalten wollt oder etwas passiver also sagt naja komm ich will ja nicht dauernd aktiv werden müssen das ist natürlich euch überlassen und muss jeder subjektiv selber entscheiden können aber die anregung damit ihr das besser vielleicht einordnen könnt die habe ich habe ich euch hoffentlich gegeben in diesem sinne denkt daran am montag ist feiertag in amerika und dementsprechend der handel extremst eingeschränkt auch überall auf der welt werden marktteilnehmer eher zurückhaltend sein weil mindestens ein teil ein wesentlicher teil der marktteilnehmer in pause ist und dementsprechend rechnet damit dass ein bisschen pause also ein bisschen langes wochenende ist so in diesem sinne euch jetzt erstmal alles gute ganz liebe grüße und ein wunderschönes wochenende